Hallo, ich heiße Kummer. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Augenringe, aber ich habe auch gar nicht so gut geschlafen und ich habe mir die ganze Nacht Sorgen gemacht. Also, ich denke halt über mein Leben nach und wie, ja, eigentlich ist doch alles scheiße. Die Nathalie postet immer Videos, wie man das Leben genießen kann und ich habe mir gedacht, dann werde ich jetzt auch mal was posten und zwar, ja, wie man das Leben auch mal nicht genießen kann. Ich möchte in diesem Film euch ein paar Tipps geben, wie ihr unglücklicher werden könnt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ja, also der erste Tipp ist, dass ihr euch ständig Sorgen macht. Ich mache mir immer Sorgen im Schlaf und wenn ich morgens aufstehe. Die Nathalie sagt, Sorgen haben die Initialen sich ohne reellen Grund ergeben, aber ich sehe das ganz anders. Ich finde, dass Sorgen, auch wenn man keinen richtigen Grund hat, trotzdem wichtig sind, weil um irgendwas will ich mich ja nun mal sorgen. So ist es nun mal, was ihr auch machen könnt, wenn ihr diese Filme von Nathalie satt habt über Ziele und Liebe. Also was ich mache ist, dass ich halt auch immer auf das Schlechte gucke und dass ich immer sehe, wie scheiße mein Leben ist und dass ich auch jammere, jammern hilft, damit man unglücklich wird. Und ich nörgle auch viel und ja, und so könnt ihr auch dann unglücklich werden. Die Nathalie sagte, dass man anderen Menschen was gönnen soll, aber ich sehe das ganz anders. Mir wird ja auch nichts gegönnt. Mein Leben ist ja auch nicht toll. Also warum muss das Leben von jemand anderem toll sein? Also deswegen finde ich auch, das ist ein wichtiger Tipp, wenn ihr unglücklicher werden wollt, dann gönnt anderen Menschen nichts und am besten gönnt euch selbst auch nichts. Ja, und dann habe ich noch zum Schluss ein Tipp und das ist, dass ihr euch mit Menschen aufhält, die auch gerne unglücklich sind und die auch immer wieder auf das, auf das, ja, die immer wieder auf das Schlechte gucken. Und dann sagen, ach, das ist doch alles scheiße und am besten auch verbringt Zeit mit Menschen, die auch sehr oft das Wort Scheiße sagen und die sehr viel rumfluchen. Die Nathalie sagt, die Wörter, die wir sagen, die beeinflussen unser Leben. Und wenn ihr unglücklich werden wollt, dann darf auch ruhig das Wort Scheiße euer Leben beeinflussen. Also sagt es ganz viel und hängt mit Menschen rum, die das auch ganz viel sagen. Und ja, und das sind halt so meine Tipps für euch, weil, wie gesagt, ich habe die Nase voll von Nathalies Videos, wie immer alles um das Gute geht. Ich will jetzt auch mal ein bisschen über das Schlechte reden. Ich heiße Kummer und wir sehen uns bald wieder.